1,18 Millionen Facebook-Followers, 1,2 Millionen Unique-Visitors auf Viva.tv, Twitter-Weltmeister und TV-Marktanteile bis zu 12,1% bei den 14- bis 29-Jährigen. Viva ist die Multi-Plattform-Brand für Musik und junges Entertainment. Und wir sind mittendrin. Wir erreichen unsere Zielgruppe da, wo sie ist. Wann immer? Wo immer. Wir geben unseren Fans das, was sie wollen. Ein Multimedial-Mix aus Musik, Lifestyle und Unterhaltung. Wow, das ist basic. 100% auf die Interessen der Millennials ausgerichtet. Wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenz, Musik. Studien belegen, 59% würden als einziges Luxusgut auf eine einsame Insel ihre Musik mitnehmen. We're Lost in Music. Viva bietet interaktive Formate, ausgerichtet auf die Needs der jungen Zielgruppe und ihrer Nutzungsgewohnheiten. Selbstverständlich weiterhin mit großen nationalen und internationalen Events. Und die VMA für Best Pop-Video geht auch zu... Serena Gomez. Gomez, yeah! Neben unseren erfolgreich etablierten Lifestyle- und Entertainment-Bloggern... Für euch checke ich die neuesten Trends aus. Launchen wir jetzt die erste und einzige Charts-App im deutschen Markt. Alle Videos und Neuansteiger, jederzeit mobil abrufbar. Die offiziellen deutschen Media-Control-Charts exklusiv schon eine Woche vor allen anderen. Und auch neu, unser Social Music Player. Playlist erstellen und Fullscreen-Music genießen. Und gleichzeitig mit Freunden teilen und gemeinsam gucken. Musik verbindet wieder. Musik ist unsere DNA und Multiplattform ist das jetzt. Die Marke Viva bietet einzigartige und individuelle Möglichkeiten für integrative Produkt- und Partnereinbindungen. Marken wie Mini, Joop, Balsen, Karlsberg oder Schwäbisch Hall zählen auch dieses Jahr zu unseren zufriedenen Kooperationspartnern. Musik ist das, was wir jetzt machen. Gehen Sie mit uns gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft. Viva, dein Social Friend. Musik Musik